Endlich ist es wieder soweit. Der Jena Frühlingsmarkt heißt Sie herzlich willkommen. Erleben Sie zehn Tage Musik und Tanz, unter anderem mit City, Swagger, The Firebirds und der Karibischen Nacht. Außerdem zehn Tage Rummel, Mittwoch Familientag und Samstags großes Feuerwerk. Ein Erlebnis für die ganze Familie. Der Jena Frühlingsmarkt vom 12. bis 21. Mai in der Innenstadt Jenas.